Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu euch in eine ganz neue Folge. Heute spielen wir natürlich Flusskrieg 2, die Finale haben wir schon geschafft und wir sind immer gespannt, wie das hier aussehen wird, während wir bis zur nächsten Schlacht führen und zwar Mission Reservis, also flutige Lagun, also flutige Gewässer, was uns da erwartet, da werden wir uns überraschen und ich glaube wir können gleich anfangen, nach so einem 5 Steward, krass, M-Chain, ok, krass, ich gehe mal mit Mersa, wie geil ist das denn? Wenn ihr euch fragt, warum diese Striche das in dieser Vierecke drauf ist, dann sind die Mods, das sind die Mods, die vom Original Spiel nicht stattgefunden wurde. Im Original Spiel gibt es zu einem Flugzeug nicht, also sowas in der Art, der sieht total anders aus. Ist auf einmal ein Mods in der Fall nicht so, aber gut, 3, 2 an und wir können das Spiel schon beginnen. Drusskrieg 3 Trusskrieg 3 Drusskrieg 3 Drusskrieg 3 Drusskrieg3 Schạchklrieg 4 Geh mal. Ja, ja. Das ist für Arte. Sir. An your command, Sir. Time to fire. Ja, das ist toll, du bist! Die Bühne ist offen! Die Bühne ist offen! Naja, ich hab auch da. Ja, 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 ich hab auch da. Ja. Ja, ich hab auch da. Ja, das war's. Begeben, das ist jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020 3 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 7 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 11 12 12 12 12 13 14 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 zu spielen, weil es ist schon kompliziert schwer. Ich bedanke mich auf euren Zuschauer, vergiss nicht zu abonnieren, zu teilen, zu kommentieren, damit der Video nicht verpasst. Ich bedanke mich auf euren Zuschauer, und wir sehen uns wieder. Ciao. ARD Text im Auftrag von Funk